hallo und willkommen zurück zu einem neuen Ründchen mit Robocop und es hat ja genau das letzte mal meine Dinger nicht übernommen das haben wir das haben wir nicht und was haben wir das letzte mal gehabt ich weiß es nicht mehr da mache ich gesundheit ja wir müssen das neben mir das ich weiß dass OCP ein echtes Schmerz sein kann, aber das könnte dein Geist ein bisschen verändern wir haben hinter den Szenen gearbeitet, dass dein Seidarm das Trächtnis erzielt der Auto 9 kann jetzt mit einem Motherboard wenn das Motherboard in der Mitte ist, dann kannst du ein paar Prozessoren auf ihn jeder Prozessor kann euren Schmerz, Schmerz oder Stabilität verbessern siehst du dir selbst wir gehen auf Schaden setze deinen Chip in einen leeren Steckplatz auf deiner Platine ein die Chips haben verschiedene Anschlussarten und Verstärkungsstufen nutze sie um andere Systembereiche mit Strom zu versorgen und deine Auto 9 aufzurüsten vermeide die roten Komponenten vermeide die roten, ok Reduktoren die die Werte der Waffe verringern jede Platine hat eine andere Spezialisierung ein anderes Layout und andere Vorteile es kann immer nur eine Platine gleichzeitig aktiv sein ich habe jetzt keine Ahnung was mache ich damit wir haben oben unten und links mal jetzt sowas einsetzen aber oben unten links habe ich nicht das ist alle Seiten das ist alle Seiten ah Waffenschotten ok 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 noch was kann zurücksetzen ja es geht dann also gleich da rein dann brauche ok ich ganz verloren Das geht nicht. Wie viele Teile können wir da verbauen? Hm, ich bin noch ein bisschen überfragt. Aber da ging es doch auch. Hä? Haben wir bloß was mit unten? Okay, das hat funktioniert. Das andere kann problematisch werden, oder? Minus 5%. Oh, nein. Okay, wie sie es auch noch wären? Wahrscheinlich. Nicht anders gehen, hm? Ich muss nur nach unten. Haben wir was mit unten? Das ist der Reihe. Oh Gott. Hä? Das könnte man hernehmen, hm? Haben wir das jetzt aktiviert, oder nicht? Und da auch noch... Das... Jetzt ist das andere Zeug langsam weggegangen. Okay. Ja. Lass mal so, ne? Lass mal so, ne? Okay. Hm. Okay. Wir sind wieder fit. Wieder einmal. Fragt sie bloß wieder um. So, was Leidel was... Was Leidel was Geld... Oh Gott. Hei Murphy? Du hast einen minuten? Ja hier, identifying Loists... Na ja, sie sind auch wichtige Missionen. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. Er hat bestimmt wo's zu verlieren. Vor allem mit der Argumentation. Dankbarkeit. Da kommen doch irgendwelche Gefallen dann, oder? Officer, we just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop? I'm a big fan. That's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. Haha, I'll tell you this again, sir. Hey, first rule, kiddo. Never question your superior. Oh, man, no. I've done nothing. Nothing. He just doesn't like me. Ah, hi Murphy. I was talking... What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so... You know, please scan the server, see if they're operating properly. I'm sure they are, but... He insists that I found a job here for you. I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Ah, just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Okay, okay, okay. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Alias-ID? Toll. Toll. Zum Aune. Dafür bloß das eine, oder wie? He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access this file before you did. Maybe that'll help us. Gangs of Detroit. Street Vultures. Schauplatz Stahlberg. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Louis. Yes. Is Robocop eigentlich nicht immer so gesetzestreu? Brächtet da nicht selber irgendwie ein bisschen so das Gesetz? Schließlich muss er ja immer alle Anweisungen erfüllen, oder? Als Cop. Ich muss natürlich auf der richtigen Seite stehen. Also die Nebenquests. Auf die habe ich jetzt kein Bock. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Bolch's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy. I found this on the backseat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Oh, is there some sort of a command for that? Uh, Robocop, off. Uh, Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Nope. Wrong. Robocop? Robocop? Don't do this to me. Not on my first day. Hold on, get ready. I'm out. Oh, Genau. I'm out. Wow. Vielen Dank.